So, hier sind wir jetzt am Buffet-Restaurant, im Hauptrestaurant, im Aquaviva Chess in Maccabi Bay. Wo wirklich alles, also Wahnsinn, was hier geboten wird und was essen. Super, hier wird auch Mozz-Schoko drin gemacht. Hier ein Bühnchen, da werden die Messer gesetzt. Wirklich ganz, ganz toll, ist eine All-Inklusiv-Anlage. Und ja, es gibt hier wirklich, 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 hier ein superschönes Dessert-Buffet. Mit ganz, ganz vielen lässeren Sachen. Wirklich ganz toll. Hier drüben dann viele verschiedene Vorspeisen sind hier. Und hier hinten geht es dann zu den Hauptsachen. Und wenn ihr mehr von der Anlage sehen möchtet, einfach auf Reisebürofelle auf Feld mir drücken. Und dann seht ihr mehr von unseren Videos. !